Ich muss das bestimmt an diese kleine Dingstar-Boomster machen. Habe ich das jetzt? Das habe ich nicht. Ah, da ist die Gießkanne. Naja, die komplette Kanne kann es nicht sein. Er hat doch schon was verwendet, ne? Oh mein Gott, der ist so niedlich. Gut, er muss jetzt... Das muss unbedingt 100 Pro auf diese kleine Palme, wahrscheinlich? Wow! Hey Sam, gib mir den Rest of those Elf-Tears. I've got a date with an unsuspecting Metropolis. Sorry, little buddy. Sie arbeiten nur auf Plänen. Du wirst wieder, Tokyo! Ja, jetzt habe ich, ähm... Kann ich da... Ja, ich kann da hochklettern. Beziehungsweise sieht es eher aus, als würden die das als Rolltreppe benutzen. Oh mein Gott, ist die Episode cool. Oh, ist der Weihnachtsmann niedlich! Santa, bist du okay in there? Ho, 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 ho! He's hot leg, you little limp! Ah! Ah! Okay. Okay. Ich glaube nicht, dass ich ihn abschießen kann, oder? Santa's safe. Nein, kannst du nicht auf! Ja. Ah, was mache ich denn? Guckscherf. Naja, er läuft ja einfach mal so... Santa's Coat und Santa's Head. Genau, als ob die ihn nicht hören, wenn sie reden, ne? Ich glaube, es ist magisch. Nein, der Tag sagt, es ist 100% polyester. Das ist bestimmt magisch. Komm, lass proben. Das ist immerhin sein Hut. Oh, oh, oh! Es ist ein Album von satanischen Weihnachtslagen. Oh, es hat den Smash-Hit, den Friendly Demon-Song. Das kann ich draußen benutzen. Ich weiß nicht, wie weit ich... Der Exorcismus-Instruktion. Wicked! Ich will es jetzt machen! Aber wir wissen nicht jemanden, der ist verletzt. Oder wir? Wie beginnen? Hey, Kinder. Willst du silence die inner-Voices? Ich weiß nicht! Keine mehr Arkan-Rituals-Arkane-Rituals. Der My Little Demon-Playset macht es einfach. Erstens, signal die Emergenzation des Demons mit den 4-Horsten-Apocalypse-Apocalypse-Apocalypse-Figuren. Sold separately. Awww! Ask your parents to help you place the horsemen around a powerful magnetic pole. Roman Polanski? Finally, draw the hell spawn out by singing the friendly Demon-Song. Using personal information about your Demon. He won't be able to resist. Okay. This is gonna be the best Christmas ever! Okay, da brauche ich aber noch Figuren, ne? Aber ich gehe mal wieder raus. Ich glaube, hier ist sonst nichts weiter. Aber das heißt, ich brauche irgendwelche Figuren. Und, und... Also, ich habe schon mal den Song, der benötigt wird dafür. Mal gucken, ob ich hier irgendwie... Oh. Kann ich die irgendwie nehmen, die Boxing-Betty? Die kann ich anscheinend nehmen. Beziehungsweise habe sie genommen. Da war doch noch diese eine Dings da. Diese Figur. Ne, kann ich anscheinend nicht benutzen. Von Spielsachen. Vor allem, wenn man bedenkt, hier sind ja noch ein paar. Diese Elmo-Figuren. Aber ich glaube, mit denen kann man auch nichts machen. Ja. Look! Nee, das bringt mir auch nichts. Oh, ich habe das da. Ja, den Demon-Song habe ich. Ich brauche noch einen magnetischen Pol. Vielleicht das da. Und diese Figuren. Ja, das ist da, wo ich die auf jeden Fall dann hintun muss. Aber ich weiß nicht, wo diese Figuren sind. Aber ich bin nicht überzeugt. Dein Magnetismus ist eine süße Bettzeit-Storie. Aber ich glaube in eine Sache. Okay, gut. Weil da ist ja auch nichts zu holen. Nee, das sind alles Sachen, die ich nicht wirklich gebrauchen kann. Vielleicht können wir die Zwerge helfen. Äh, die Elfen. Entschuldigung. Elfen. Elfen. Zwerge. Oh mein Gott. Ähm. Do you have any horsemen? Do you have any of the four horsemen of the apocalypse action figures in stock? Nope. We shipped the last one out this morning. Oh, where? Some wretched block of urban misery. Hey, we live on a wretched block of urban misery. With a diner, an inconvenience store and a cast of shady nerdy wells? That's the one. Okay. Was für ein Zufall, dass die genau in die Straße gest... Ähm. Wie come we didn't get any presents? We did. We got a giant robot of destruction. Was für ein Zufall ist, dass die dorthin geschickt worden sind. Aber ich... Keine Ahnung, wohin. Vielleicht kann ich jetzt mittlerweile... Vielleicht können wir jetzt, ähm... Dann wieder... Nach unten. Ich fang ihr jetzt nochmal? Sorry, ich bin neu hier. Aber ich bete, es ist wahrscheinlich in der letzten, wo du schaust. Das ist, wo ich häufig Dinge finde. Wie mein Tumor. Mein Schiff-Supervisor könnte dir helfen, aber auch. Äh, bah... How about those four horsemen? Sorry, I still haven't seen them. You might want to ask my ship-supervisor. Ach so, ist der andere dieser. Ah, okay, ja, okay. Merry Christmas. Okay, okay, okay. So, dann, ähm, guck ich mal, wie ich jetzt nach unten kann. Wer nach unten? Ah, ich bin das so wieder gewöhnt von der letzten... Ähm, von der letzten Episode. Von Season 1. So, ja, back to the office. Gucken wir mal, wer diese, äh, Reiter der Apokalypse da, diese Horsemans, ähm, haben. Pfff, bitte was? Warum ist Sippels Laden dort? Hä? Okay. Ah, jetzt können wir wahrscheinlich auch endlich mal in diesen, in dieses Diner. Dort können wir nicht weiter, okay. Sippels Laden ist dort. Boscos Laden. Unser Office. Und... Ah, Jimmy Zweizahn. Ah, da, da, da ist hier einer der Reiter, der Apokalypse-Reiter. Ja, der Apokalypse-Reiter. Okay. Ich habe immer gedacht, dass es schipless und schlaz war seine eigene Rewardung. Sie sind jetzt die Trophäe aus? Boxing-Championship, wise guy. See ya, suckers. Okay. Lass uns das Hohen an, Jimmy. Ich bin nicht mehr mit dieser Trophäe an. Oh, mein Boxing-Trophäe. Nichts tun. Du willst mir sehen, mein Trophäe? Du musst hier kommen und es gewinnen von mir. Okay, er muss irgendwie besiegt werden. Guck mal, wir haben hier doch eine Ratte. Oh, die kann uns nicht helfen, ne? Nee, die hilft uns nicht. Hilft uns nicht. Dann gehen wir mal in Moskos Laden. New Sam & Max Season. Oh, jetzt übertreibt das aber, oder? Oh, so die Böse. Oh, man. Ja, diesmal hat er keine Verkleidung und sie machen hier auf, oh mein Gott, Wunder und ach. Ja, warum diesmal keine Verkleidung? Wahrscheinlich wegen dem Supersystem doch. Ja, wer sind denn die, hä? Ja, wer ist denn die? Das ist genau das, was ich versuche, zu herausfinden. Ich bin aufhörig, ich bin aufhörig und ich werde THEM finden. Ja, wenn du so, dann... Okay, das ist ein bisschen alt. Komm, nochmal. Weil einfach so niedlich wie ein Mädchen schreit. Ja, woher hat er das ganze Geld nur bekommen? So, was ist mit dem Tür-Scanner? Was ist mit dem Fancy-Dance-Scanner, Bosco? Tools are necessary. Tools are the only thing, that separate us from the animals. That probably plays a little better with the non-dog and rabbit ground. That's why I need the personal antipathy, registration announcement, and non-negational, omnifunctional identification device. Oh, mein Gott. That's just paranoid. Technisch, ja, das ist. Ja, seit wann ist Bosco nicht paranoid? Das wäre auch irgendwie unnormal, wenn Bosco nicht paranoid wäre. Das, ja. Der Laden sieht super toll aus. Ich habe ihn zwar noch nicht ganz angeguckt, aber... Ja, stimmt, ist ja kein Laden mehr. Und du kennst, die Leute, die sagen, dass etwas interessant ist, sind eher sicher, dass Serial-Killern sein? Mehr sicher, als wer? Dann, als non-Serial-Killern. Das ist ein Fakt. Ein Fakt, das wollen sie nicht wissen. Wer will mich wissen? Äh, ja. Ähm, ja. Ja, 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 das ist... Komm, ich frage mal, wer sein Dekorateur ist. Ich frage mal, wer sein Dekorateur ist. Ja, was ist der Stil? Ein early-colonial-Konspiracy-Theorist? Nein, ein Theorist ist jemand, der einen Theorist hat. Ich habe Konspiracy-Facts. Also, ich glaube, du bist ein Konspiracy-Faktist. Oh mein Gott, das ist so witzig. Das heißt, er hat keine Ahnung. Ja, ich habe es. Ja, ich habe es. Ja, ich habe es. Ja, ich habe es. Vielen Dank.